Na doch. Nein, hier meine ich. Ich meine hier. Spielst du dann gegen CPU? Das weiß ich nicht, das kann schon sein. Willkommen bei Farbkuppler. Braucht ihr die Regeln? Nein. Es ist Memory. Natürlich braucht ihr keine Regeln. Das ist aber die gleiche Map wie bei dem anderen. Das ist immer die gleiche Map, die mießen immer anders. Ach, das ist auch nicht. Ich fang mit Tyron an. Tyron. Gelb. Platin natürlich. Gigachat einfach. Wer ist auch ein Gigachat? Du siehst aus wie ein Gigachat, Ian. Ian und Tyron. Er hat ja Gigachats, oder? Nein. Das ist doch kein Gigachat, Mann. Das sieht man doch, Digga. Okay, Ian war jetzt wieder. Irgendwie habe ich gespürt, dass er hier Platin ist. Mal schauen. Oh, nein. Ach, kacke. Ian, let's go. Ach, Mann, das ist doch voll durchfällig. Mann, wir haben es gespürt, Mann. Herr Koppelt. Ja, ja, ja. Ja, ohi. Portvalius, bist du vielleicht ein Platin? Nein, Portvalius ist kein Platin. Blau. Das sieht man doch. Er ist blau. Bist du auch blau? Oh, ist Platin. Das sieht man. Okay. Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade ein bisschen... Michael. Ah, nochmal blau. Hast du irgendwie Bock mit blau, oder? Michael blau. Muddy. Muddy ist auch blau, oder? Nee. Ja. Nee, Muddy ist rot, Michael ist blau. Muddy rot, Michael blau. Du siehst aus wie so ein Platin. Hör. Oh, er ist auch blau. Michael war blau. Sind alle blau irgendwie, ne? Hallo, Michael. Muddy war rot. Deine Art genießt. Gesundheit? Gesundheit, Akira. Guck mir doch erstmal Akira an. Was bist du? Platin. Rot. Ah. Okay, endlich mal ein bisschen Glück. Muddy. Du bist Muddy. Ugalola. Jetzt kriegst du eh Platin. Pass auf. Ich glaube, Jesus da links ist Platin. Ryan. Gosling. He red. Ugalola ist mit sich so... Nicht rot. Rainer. Chinosuke. Chinosuke. Grün. Aua. Okay. Jesus ist rot. Kionosuke ist grün. Hinter den Ohren. Jake, was bist du? Jake. Grün. Jesus war grün. Was ist denn Chinosuke? Da oben. Achso, Entschuldigung. Ich habe euch verwechselt. Ihr seid beide gleich aussehen. Ihr habt alle Brille. Die kannst du nur... Rennen. Rennen an den Speck. Oh, scheiße. Rennen, Geld. Sakura, was bist du? Nicht Geld. Sieht aus wie rot oder so. Oh, Mann. Wie viel Glück kann man denn haben? Wunderbar, wunderbar. Rainer. Hey, wenn du jetzt Platin findest. Gila. Okay, Gila ist schwer. Das war nicht Jesus zumindest. Greg. Ah, er ist Platin. Okay, Greg. He is Platin. Scheiße, er ist Minigame. So lange kann ich mir das nicht merken. Ja, ich wollte gerade sagen. Greg. Gregs Tagebuch. Ah. Oh, das haben wir auch noch nicht. Ja, wir müssen auf den gleichen Sender. Kanal gehen, genau. Einfach mit A. Okay. Ich glaube, da bist du auch besser als ich. Ich weiß nicht, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Okay. Ah, fuck. Hey, als ob du so schnell warst. Nur weil ich einmal verkackt habe. Ich wusste nämlich nicht mehr, ob es sechs Sender waren oder fünf. Ich habe deswegen da oben geachtet, wie viele es sind. Ich eigentlich auch, aber ich habe ja auf das Bild geachtet. Okay, okay, okay. Egal. Du bist jetzt hier alles fertig. Ich nehme zuerst Greg, bevor ich einen Fehler mache. Weiß nicht, welche Farbe Jesus vorhin hatte. Okay. Platinpunkte habe ich zumindest schon mal sicher. Platin-Paar. Mann, aber dann gewinne ich ja wieder nicht. Okay, was ist S? S, was bist du? Grün. Was ist Jesus vorhin grün? Was bist du noch mal gewesen? Ich muss noch mal wissen. Hier war es rot. Okay, da habe ich dich richtig in den Kopf gehabt, aber ich musste es noch mal wissen. Okay. S grün, Jesus rot. Uki? Uki. Hila. Scheiße. Ei. Ei, was warst du? Getten, glaube ich, noch nicht. Rot. Scheiße. Jetzt holst du die Punkte wieder. Weiß ich nicht. Ich habe es schon wieder vergessen, leider, weil ich kacke bin. Weil du kacke bist. Rainer, was warst du? Rainer. Hila. Ich wusste nicht mehr. Wirklich, ich hatte keine Ahnung mehr. Rainer, Rainer, Rainer Lila, Rainer Lila, Rainer Lila. Okay, S. Du warst Lila, oder? Nein, der war grün. Der war Uki Lila. Ukalola hatten wir noch nicht. Ukalola hatten wir noch nicht. Du bist grün. Nein, ich kriege Geld. Ich weiß nichts mehr. Was war jetzt Rainer? Ich habe ihn schon wieder vergessen, Alter. Ich weiß. Scheiße, was ist er jetzt? Lila. Aber wir hatten jemanden, der auch Lila war, oder? Dann war das Uki. Das war Uki. Okay. Bruder. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ukalola schon mal. Ich weiß, Chica zum Beispiel auch nicht mehr. Platin. Oh, scheiße. Okay, Platin habe ich noch nicht. Da weiß ich es aber nicht. Muss ja Nelly sein, oder? War Nelly? Ne. Grün. Kacke. S war jetzt grün, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wirklich. Ich gehe mal auf S nochmal. S. Okay. Und Nelly. 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 Gut, du musst ja Platin sein, Julie. Okay. Julie. Und Chica. Damit habe ich ja schon verloren. Ich kann dir das gar nicht mehr aufholen. Also selbst wenn du jetzt die nicht findest, habe ich ja nicht gewonnen. Na doch. Nee. Jesus war rot. Ukalola war, keine Ahnung mehr. Rinn. Rinn hat mir noch nicht. Deine Geile. Wer war gelb? Du warst rot. Das weiß ich noch. Hast du gelb? Ukalola, du siehst wie aus wie das eine gelbe Person. Yes. Zumindest ist es fair, jetzt habe ich auch mal das Memoriespiel gewonnen. Hä, du hast doch jetzt mal schon gewonnen. Nein, nein, das warst du gewonnen. Doch hast du. Nein. Gucke deinen Aufnahmen nach. Ich bin mir hundertprozentig sicher geworden. Ich bin hundertprozentig sicher, du hast gewonnen. Was ist bei der Belohnung, wenn ich recht habe? Gar keine. Aha, weil du es nicht riskieren kannst. Nein, weil ich eine Verliererin bin. Sie hat gewonnen. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das war Farbkrupper. Farbkrupper ist ein... Ja, ich kann nicht mehr reden. Schlagseite machen wir jetzt auch schwer. Ja, Schlagseite machen wir jetzt auf mittel, glaube ich. War nicht schwer. Meine ich ja. Das kann man auch mit einem Spielern machen? Oh mein Gott, mit dem Computer. Nee, vergiss es, mit dem Computer macht man das nicht. Mittel. Kann ich auch dieses Harmonietest spielen mit dem Computer machen? Nee, ich glaube nicht. Natürlich nicht, aber ich meine, ich will auch mit dem Computer mal sehen, wie gut ich mit dem Computer harmoniere. Runde eins. Wir sind nicht so gut da hinten. Okay, aber da sind wir eigentlich gut. Warte, wie machen wir jetzt die Reihenfolge? Du hast mich angemeckert, weil ich es nicht mehr wusste letztes Mal. Okay, links, Mitte, rechts, würde ich sagen. Also die obere, oder wie? Ja, jetzt beholst du erstmal ganz rechts noch deine Schäfchen. Achso, ich bin ja rot. Es tut mir leid. Und ich habe schon mal deine... Aber ich habe, warte mal, ich habe hier nur eins. So. Okay, jetzt gebe ich dir meine... Okay, oder so erstmal. Du kannst mir das mal die Schäfchen geben, ganz links. Das ist die dabei frei. Nein, nee, ist okay. Dann mach halt die ganze Reihenfolge weiterhin kaputt. Ich bin schon okay, man. So, was soll ich jetzt tun? Die rechten will ich jetzt abgeben. Ist es scheißegal eigentlich. Wir haben die Reihenfolge schon so kaputt gemacht. Ich gebe jetzt mal die in der Mitte ab. Letztes Mal lief es so harmonisch. Warte, ich nehme jetzt deine ganz linken ab. Und ich gebe mal die in der Mitte ab. Ich gebe mal deine ganz rechten. Ja. Und ich gebe dir jetzt gleich die in der Mitte, okay? Okay. Und du gehst mir jetzt deine ganz linken mal. What? Und ich drehe mal kurz und mache alle weg. Ich freue mich, dass wir uns beeilen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir schaffen es nicht. Oh, wir haben es geschafft. Hey, wie ist es so? Wir haben brauchen so 10 Punkte. Achso, ich dachte, weil das Rekordding war. Ja, ich habe auch zuerst gewonnen. Ich dachte, das war's. Und du hast gesagt, ich bin sehr hessisch. Wann ist das so knapp? Eieiei. Okay. Oh, mit den Fässern, ja. Okay. Beide in der Mitte, oder? Direkt in der Mitte? Ja. Drei, zwei, eins, los. Legs. Boah. Die Legs waren voll fies. Ich habe auch immer Angst, dass ich wackele. Und das dann doch nicht in der Mitte landet. Darum ist ein Peach-Symbol. Sehr gut. Stimmt. Auf der Fahne. Und eine Krone. Das ist ein Peach-Symbol. Doch. Die Musik ist ein bisschen slightly anders. Oh ja, das schaffen wir. Das ist einfach. Das haben wir schon immer geschafft. Leiter. Wir müssen Leiter hochklettern. Ja, das... Leiter müssen wir das tun. Leiter müssen wir das tun? Mhm. Das sehe ich schon wie schade. Aber hier ist egal, wer zuerst rangeht, oder? Ja. Grün. Okay. Ist ja gleich irgendwas, wenn man es falsch macht. Keine Ahnung. So von vorne nochmal anfangen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Kann durchaus sein. Man, ich muss voll lange drehen. Wir schaffen das. Man könnte auch einfach in die andere Richtung drehen, aber nö. Ich laufe. Schleier kann ich nicht. Du musst. Achso, Entschuldigung. Ich habe anders gedacht. Rechts. Geradeaus. Bitte, rechts. Rechts. Geradeaus. Rechts, rechts. Geradeaus. Rechts. Ich freue mich immer noch, dass ich quetschwerden kann. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Warte, ich probiere es mal aus. Okay. Test erfolgreich. Ja, aber es ist wirklich ein einfaches Spiel. Ich finde, davon könnte es auch mehrere Variationen geben, damit es nicht so einfach ist. Okay, geschafft. Ende. Das erinnere ich mich an den einen Dungeon aus Caligula. Du meinst die Pyramide? Ja. Ja, aber das hat ja schon ein bisschen wenig Ähnlichkeiten. Die Pyramide in Caligula war schon schlimmer. Du hast hier eine Quizfrage. Alter, waren auch... Dein Charakter, dein Charakter, dein Charakter beantwortest du erst mal falsch, obwohl du gar keine Auswahlmöglichkeit hast. Ich würde sagen, links und rechts, okay? Drei, zwei, eins, los. Da waren auch überall Gegner, das weiß ich noch. Das war richtig nervig. Aber Caligula-Effekt ist cool. Wobei ich glaube, dass ich auf der Playstation 4 wahrscheinlich mehr Grafiken, also grafisches Glück empfunden hätte. Weil auf der Switch was richtig hässlich. Das geben wir auch hin. Hm, hm, hm. Ja, jetzt fanden die Achterbahnen. Ja, ich finde auch Caligula ist eigentlich ein gutes Spiel. Ein bisschen Trash schon, aber... Motion Sickness. Ich weiß gar nicht, ob ich bei einer Achterbahn Motion Sickness empfinden würde. Ich glaube nicht, weil du es doch sehen kannst, oder? Das ist wie eine Autofahne eigentlich. Du weißt ja, wo du lang gehst. Ja, hast schon irgendwie recht. Außer bei einem Looping. Ich glaube, das könnte ein bisschen Motion Sickness... Das kann sein, ja. Ich glaube nicht, weil... Nicht Motion Sickness, sondern ich glaube einfach, weil du überkauft bist, oder? Hm. Doch, hatten wir. Wir schaffen das. Ich spüre es. Schon mal alles kaputt machen hier? Nein, der eine. Wir haben den einen nicht geschafft. Den einen holen ich mir jetzt. Und jetzt mal den grünen am besten. Weil der grüne ist am wichtigsten. So. Noch ein, noch zwei, oder? Das soll nicht so sein. Den habe ich schon befreit. Ja, Isen. Ja, also, Achterbahn ist wirklich... Also, mit einem Computer ist es unmöglich. Das weiß ich. Macht aber auch Spaß. Ich habe damit immer gespielt, dass ich in, ja, so einen Freizeitpark gehe. Und weiter. Und da Spaß habe. Keine Ahnung, ich habe das halt immer Rollplay. Und dann hast du das andere Teamspiel gespielt mit den Ringen, wo du diese Ringe zu den Blumen werfen musst. Ich habe Spaß. Ah. Ich mache links und du machst rechts, okay? Ja. Oder weiter. Genau da, da. Drei, zwei, eins, los. Wunderbar. Perfekt schon. Bis jetzt läuft es gut. Wie viele brauchen wir? Wieder 20? Ja, wieder 20. Also, wir müssen noch sieben Runden machen. Sehr gut. Noch sieben Runden, ja, werden verkacken. Ah, also wirklich alle Runden. Und wenn du alle Runden fertig hast, okay, was sind denn 10 Runden? Ja, ja, 10 Runden und dann hast du 20 Leute da. Ah, hier hatten wir manchmal aber auch Pech. Wir dürfen wirklich nicht verkacken, sonst kriegen wir wieder irgend so einen großen oder einen Mini. Nur so ein Scheiße, ja. Ich gehe ganz nach rechts. Also, ich mache das mal nach unten hier. Okay, 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 okay. Locki mal. Nein. Okay, ich musste zwar nichts machen. Halt da. Ja, okay. Danke für deine Zusammenarbeit. Gerne. Halt funktioniert, wunderbar. Es hat irgendwie geklappt, ja. Also, ich finde es so unrealistisch, dass Mäuse Schlüssel wegschnappen. Das ist so ein beliebtes Gimmick. Aber ich finde das total gut. Vielleicht war das früher oder so. Keine Ahnung. So, ich würde den gerne irgendwie hinstellen, oder? Ich stelle meinen hier hin. Du machst deinen da hin, okay? Dein? Genau. Drei, zwei, eins, los. Es ist okay, ist okay. Wir sind zwar nicht mehr gerade, aber noch läuft's. Sehr gut. Wir haben damals verkackt wegen diesen beschissenen Lorenspielen, ne? Oh ja, wenn das jetzt kommt. Oh, guckst du, ich sah gerade so aus. Nektar, Stere. Mit den, ähm, Hitz-Taschenlampen. Ja. Weg mit dem Ektoplasma. Ja. Teddy Lore. Was für eine Teddy Lore? Ich dachte, ich gucke hier Schäfer. Ja, äh, Teddys Lore existiert hier nicht mehr, Entschuldigung. Ich bin ja eigentlich eine, äh, Geist-Mitieberin. Eigentlich bist du ein Mensch, oder du tust so, als wärst du ein Geist. Das stimmt gar nicht. Wann kommt dann Luigi's Mansion, Let's Play? Hatte ich schon öfter vor, aber ich würde halt gerne bei Teil 1 anfangen. Ja, dann kannst du ja machen. Was ist daran das Problem? Alles. Aha. Ich hab zum Beispiel 1 und 2 nicht. Ich hab 1. Ist das für den Gamecube? Ja. Und ich hab 2. Also könnte ich dann auf der Wii praktisch spielen, oder? Schon, ja. Oder auf dem Impulator. Ich meine, ähm, natürlich. Auf der Wii. Gut. Und die sieht's viel zu schick aus, echt mal. Bis auf jetzt die Bilder schief sind. Dieser Riesen-Decken-Ventilator. Ja, lass das nochmal. Und Luigi's Mansion 2 hab ich für den 3DS. Ach so. Und Luigi's Mansion 2 bekommt auch jetzt sowieso ein Remaster für die Switch. Gibt's das so für die 3DS? Luigi's Mansion 2. Gibt's nur für den 3DS. Gibt's nur für den 3DS. Und der kommt jetzt auch, wenn du nicht weiter zugehört hättest, bei für den Switch. Ja, krieg'n Remake. Er ist Remastered. Ach so, ja. Manche. Vielleicht tauchen die vor uns auf. Ich kenn doch die Geister. Okay, heute hat sich kein Bock. Ach doch, jetzt wahrscheinlich, oder? Jumpscare. Jumpscare. Also, irgendwie ist das Spiel wirklich nicht schwer. Ich hab auch noch nie verloren. Ich hab das so oft gespielt, weil ich das so toll finde. Hast du mal verkackt dort? Ich hab noch nie verkackt. Das ist nicht selten. Vielleicht mal einmal, um zu gucken, was passiert. Aber jetzt nicht absichtlich. Gut, okay, das lass ich aber nicht zählen. Das ist ja mal nicht absichtlich. Ich hätt' Bock auf das Türen-Spiel. Das macht auch Spaß. Ja, aber das Spiel ist schon jetzt zu glücksabhängig. Okay. Hier? Ja, und ich mach mal einen hier in. Okay, 3. Na, warte mal. Das ist ein bisschen dein dahin machen, wo der andere mir ist. Genau darüber. Und ich mach mal einen hier in. Okay, 3, 2, 1, los. Immerhin haben wir jetzt einen anderen Kurs. Oioioioioi. Wir haben zumindest mal einen anderen Kurs. Ich kann das halt nicht abschätzen, deswegen muss ich dir da vertrauen, weil ich das nicht einschätzen kann. Ich weiß auch nicht. Ah, das ist cool. Müssen wir mal abwechselnd machen. Das mag ich sehr gern. Das hab ich auch sehr aufgespielt. Okay. Muss man zweimal schütteln eigentlich? Nee, ich doch nicht. Du kannst ruhig schneller machen. Einfach hoch und runter. Ja, toll. Ja, okay. Mach. Ach, jetzt darf ich plötzlich. Ja, bei mir reagiert er irgendwie so langsam, habe ich das Gefühl. Ist er verzögert? Hallo, ich bin dran gewesen. Das war's versehen. Hör mal auf. Ja, jetzt bückerst du mich an hier. Ach, jetzt plötzlich ging es schneller. Also irgendwie ist es voll verzögert. Hallo? Ach so. Nee, alles gut. Nee, du hast es nicht geschafft. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war mega langsam und verzögert. Ich weiß nicht, warum. War es bei dir auch so? So, keine Ahnung. Ich habe das geschüttelt und das hat zehn Jahre gebraucht. Weiß ich nicht. Mal so, mal so. So ist die Frage. Ich habe einen kleinen gelben. Okay, meinen mache ich in die Mitte. Und du machst deinen einfach hier, äh, hier da rechts, da in diese Lücke rein. Okay, drei, zwei, eins, los. Sicher, dass das was bringt? Ja, natürlich. In der Mitte kann nichts passieren. Okay. Die, die großen Säuten in die Mitte, weil sonst machen sie scheiße. Hm, Mann. Kein Lohre, keine Lohre, bitte keine Lohre. Okay, das gehen wir hin. Okay. Das ist easy. 300 Meter wahrscheinlich wieder? Ja, wahrscheinlich. Das sind, glaube ich, immer dieselben Zahlen. Ja. 300 Meter, oh ja. Ein Herz. Ein Herz, warum machst du nichts? Keine Ahnung, soll ich reagieren? Ich glaube, du hast gleich einen Plan. Hallo, ich drehe doch. Das, äh, weiß du nicht. Meinst du, es reagiert bei mir halt wahrscheinlich nicht. Jetzt hast du einfach einen anderen Bug. Na toll. Ich glaube, egal wie ich schüttel, ist es egal. Oh, oh. Oh, ei, 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 ei. Oh, ähm. Ähm. Ne. Wir brauchen das. Los. Okay. Nein. Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Wir schaffen das. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ich würde schön, dass wir gar nicht gedreht haben. Nicht viel, nicht viel, nicht mehr viel. Wir haben es gleich. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Ja. Ja, manchmal geht es wirklich nicht so gut. Hat keinen Bock mehr. So. Ich wollte den Rekord vielleicht brechen hier mit unserer schlechten Leistung. Es ist aber wirklich komisch gewesen. Ich habe gedreht und gedreht und es hat nichts gemacht. Weirde. Na gut, wir haben es irgendwie geschafft. Ah, gelb. Oh, scheiße. Äh. Du machst dein Grün mal da hier hin. Nehmen das Fass. Ne, mach mal, mach mal da neben das Fass. Nicht was hier hin, okay? Okay. Das kann eskalieren jetzt. Drei, zwei, eins, los. Boah. Als ob das jetzt wieder fast gerade ist. Ja, ja. Also ganz oben hast du die meiste Schwenkung, in der Mitte dann und ganz unten die wenigste. Das heißt also, wenn du ein Grün hast an den Rand stellst und ein Lila ganz an den Rand, dann bringt es nichts. Ah, das hat mir auch noch nichts. Das macht Spaß. Oh, da bin es mir aber auch, ey, ich bin da nicht gut. Los, los, los. Weil wir gerade auspaddeln wollen, wollen wir uns ein bisschen sicher auch machen, oder? Erstmal mach ich ein bisschen. Jetzt können wir beide. Jetzt bin ich. Ich. Ja, wieso? Wir müssen doch weg von dem Rand. Ja, aber ich bin... Wir müssen doch nicht in die Felsen rein, Susu. Wir schaffen das nicht. Wir haben bloß nur 19 Sekunden. Wir schaffen das. Komm. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich, ich, ich. Und jetzt wir beide. Schnell. Siehst du, Susu, es geht doch. Es geht doch. Siehst du? Du bist doch weg von dem Rand. Ja, vor uns ist ein Fels. Ja, nein. Doch. Der Herrscher. Der Herrscher ist sicher, Lore. Da werden wir richtig reinscheißen. Alter, es wird so sein, wirklich. Grün, grün. Ich stelle meinen da hin, du stellst deinen, nimm das andere, Girl. Da? Nein, nein, da. Da. Drei, zwei, eins, los. Perfekt schon. Okay, keine grünen mehr, weil mit grün werden wir langsam ein bisschen kritisch. Ja. Sehr gut. Nur noch zwei und zwei, döde zwei Runden. Ja, es wird. Die Qual. Okay, das geht hin. Hm, 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 hm. Ich will aber auch, es sind zu wenig Partnerspiele dafür, dass man sehr viele Partnerspiele spielen muss. Schon. Ich will vor. Yes. Komm schon mal da rüber. Da, 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 da. Da, 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 da. Komm rein. Da, 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 da. Da, 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 da. Das fehlt einfach als das Letzte, was wir hatten. Absolut. Das ist ein Ziel. Ja. Achso, es zählt erst, wenn ich da auf dieser Linie stehe. Entschuldigung. Yeah. Yeah. Fertig? Yeah. Yeah. Ende! Ende! So. Okay, lila lila, einfach am Rand. 3, 2, 1, los. Hä? Nein, ich bin verrutscht! Du hast gesagt, am Rand! Nein, ich bin nicht verrutscht! Nein, das haben wir verkackt! Nein, das haben wir verkackt! Wieso war denn jetzt beinahe weg? Ich weiß nicht, wie die alle platschen. Hä? Warum ist das denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall schade. Ich hab dich bei Schnoss gebesiegt. Ja, komm, nochmal machen wir es nicht, oder? Nein, nein. Das können wir vielleicht privat nochmal probieren. Ja, aber das war doch schon mal so, dass es weggerutscht ist. Das dürfte auch nicht passieren. Partner-Test! Wie partnerschaftlich sind wir? Wir hatten damals die 100 Prozent. Beim zweiten Versuch oder so? Ja, vielleicht schaffen wir jetzt auch hier mal den zweiten Platz. Ja! Die Regeln müssen wir nicht hören! Die 100 Punkte besten! Enttäuschend! Ist ja trotzdem schade. Ja... Ich will das, dass wir privat nochmal versuchen. Welche Küche schmeckt dir am besten? Hm... Bei Teddy wird's interessant. Okay. Zweite Frage. Was würdest du lieber essen? Da sind wir bestimmt auseinander. Ja, ich weiß auch nicht. Woher gehst du besonders an heißen Tagen? Oh, ich glaub, da ist keine gute Harmonie, oder? Welches Geräusch magst du am liebsten? Äh... 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 Spontan bleiben. Siehst du, wir fühlen's einfach. Wir müssen nicht zusammenarbeiten. Hey! Das ging nicht. Es läuft so, so es läuft! Es läuft! Ja, da war mir ein bisschen... Enttäuschend. Oh, Mann! Ich dachte, jetzt kommt vielleicht mal was. Wir wurden geprankt. Ja, okay. Ja, als ob da jetzt ganz links 20 hintereinander kommen. Entschuldigung. Damit rechnet man doch statistisch gesehen nicht. Dim, 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 dim. Ich glaub, das ist aber ein gutes Ergebnis, oder? Das ist ein S-Rang, oder? Würd ich jetzt auch sagen. Kriegt eh nichts, weil wir keine 100 Punkte bekommen werden. Bäm, 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 bäm. Ja, schade. Naja, egal. Naja, da bin ich aber gespannt, was das Chaos kommt. 5 Punkte? 20 Punkte? 33 Punkte? Oh, es dreht sich nicht mal so schlecht. Echt jetzt? So schlecht? Oh, scheiße! Das hab ich auch noch nie erlebt. Hat er übelst geprankt. Was? Hä? Aber was? Ich hab noch nie gesehen, dass er einen prankt. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Ich auch nicht, hä? Okay. Das wundert mich. Welche Küche schmeckt italienisch? Ich muss sagen, wenn ich immer chinesisch hätte, würde ich's glaube ich nicht mögen. Deswegen hab ich auch italienisch genommen. Okay. Äh. Und ich hasse Chili. Nee. Zitronen könnte ich... Zitronen stelle ich mir noch gut vor. Und ich hab noch gedacht, du magst Zitronenkuchen vielleicht? Im Kaufhaus würde ich auf gar keinen Fall gehen. Schwimmbad? Geil. Bei dir wusste ich, dass Vogelgesang magst und Lachen finde ich halt super. Naja, Schnurren hasse ich weil Katzen und Lachen finde ich furchtbar weil Kinder. Ja. Ja, genau. Und Vogelgesang klingt schön. Ja. Ja, und das ist der Beste von denen. Ja, das stimmt. Weil ich hab offen drei Tagebart. Ja. Wir sind eins Herz und eine Seele. Als ob. Wollen wir nochmal ne Runde einfach mal machen? 100, 100, 100. Wie du möchtest, aber wir haben jetzt schon 100 geschafft. Ich fand das halt jetzt sehr kurz, deswegen... Okay, wie du willst. Ich würd halt nochmal machen, aber als ob wir das geschafft haben. Weil das ja wirklich war so verkackt. Das ist geil, ja. Voll interessant. Hey, ich hab das wirklich noch nie gesehen. Das Bild war jetzt anders. Ich fand das davor besser. Naja, egal. Ja. Muss man nochmal 100 Punkte machen. So. Erste Frage. Was würdest du lieber gewinnen? Geld. Ja gut, das hatten wir schon mal. Das hatten wir bei Teddy. Okay, dann halt. Was würdest du beim Tauchen lieber beobachten? Ha! Wenn ich beim Tauchen bin, dann nehm ich doch nicht ne Schildkröte. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Welche Sportart magst du lieber? Gar keine. Easy. Also da du was anderes genommen hast, würdest du mich das wundern. Wie könnten deine Mitschüler dich bezeichnen? Scheiße. Was? Nein, nein. Ich hab keine Ahnung. Nichts davon, aber okay. Okay, was feierst du am liebsten? Also da nicht das gleiche genommen hast, dann würde mich das auch wundern. Lohenspiel? Oh ne, dann verkacken wir übelst. Das wäre schade. Oh, da haben wir auch schon verkackt. Aber es könnte klappen. Aber nur, weil die Steuerung manchmal nicht funktioniert. Aber nicht A-Rang. Ich glaube, wir schaffen da nicht A-Rang. Sag einfach, wenn was kommt, okay? Ja. Du brauchst Bananen. Da kommt ein Apfel. Okay, warte. Bin bereit. Ah, ich konnte nicht. Es ging nicht. Banane! Banane! Oh, Apfel! Banane! Oh, so schnell kann ich doch nicht schütteln! Apfel! Apfel! Banane! Und noch eine Banane! Eine! Eine Apfel! So schnell kann kein Mensch gehen! Alter, was war die Scheiße! Und ja, das Schütteln funktioniert auch manchmal nicht. Das ist voll scheiße. Ich weiß nicht. Ich muss auch um die 10 Millionen Jahre davor schütteln. Oh nein, ich habe mein Bein gebrochen. Pfff! Tod. Okay. Ich bin gespannt, ob die wieder die 100 Punkte erreicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube es nicht. Diesmal drehe ich aber ganz langsam. Oh, das ist kein gutes Ergebnis. Ah, naja. Ist trotzdem okay. Oh, nur die 74, ihr Loser. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Eine hatten wir falsch. Was würdest du lieber gewinnen? Neues Auto? Ja, das hatten wir schon mal. Wahlheim. Tennis. Tennis. Ganz ehrlich, das ist so eine Scheißfrage, weil nichts darauf zu... Also Sport auf gar keinen Fall. Ich habe zu wenig geredet in der Klasse für einen Plapperhuhn. Genau. Aber Klassenkasper war, glaube ich, eher meins. Aber er ist in der Ausbildung früher gar nicht. Aber ganz ehrlich, Plapperhuhn und Klassenkasper können beides dasselbe sein. Ja. Ich war ruhig. Ich war kein Klassenkasper, ich war aber auch kein Plapperhuhn. Es war also scheißegal. Das ist eine dumme Frage. Diese Frage ist falsch. Die existiert einfach nicht. Wir haben nur 100 Punkte hier. Ja, Feiertag. Ja, Feiertag sind die besten einfach. Ja, okay. Und da... Nur Rang B. Ja, das war klar. Nein, gut. Wir haben nur 100 Punkte. Wir haben nur 100 Punkte geschafft im First Try. Beim ersten Mal, ja. Und jetzt kommen die Zimmerspiele. Ach, nö. Ach ja, das Scheißspiel hier mit den Scheißdingern hier. Wir brauchen Lautstärke, oder? Ja. Ich muss kurz was drinken. Ja, mach das schon mal. Also, hört genau. Hören und greift euch die richtige We-Verbedienung. Also, das ist ein Scheißspiel. Also, das können wir auch nicht richtig zeigen. Ich denke, ihr tut einfach so, als würdet ihr unseren Tisch sehen. Okay? Genau. Teddy hat schon ihre Kopfhörer rausgemacht, weil die hindern uns nur. Das stimmt. Okay. Okay. Ich mach schon mal bereit. Ich zieh auch schon mal meine Kopfhörer gleich aus. Äh, hallo beim Tierquiz. Das ist ein richtig geiles, ein lustiges Spiel. Ihr werdet lachen. Ihr müsst die We-Verbedienung nicht wirklich benutzen. Legt sie hin. Wir können mal testen. Sind das nicht schöne Geräusche? Viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon hört. Hast du mal getestet, wie viel man davon hört? Mhm. Okay. Also... Ich weiß immer schon, dass man es hört. Ihr müsst jetzt ein Tier hören. Nämlich, dass es ein Hund. Wisst ihr, wie ein Hund klingt? Ja, genau so. Ja, das habe ich gehört, aber wir gehen mal davon aus. Wir hören es gleich.